Warum soll er das Gesetz verteidigen, das säkulare Gesetz, das ja göttlich auch inspiriert ist? Du sollst nicht töten, du sollst keinen Ehebruch machen, du sollst nicht stehlen, das ist doch göttlich inspiriert, das sind göttliche Gesetze, die wir in die Welt integriert haben und der Richter soll nicht richten? Ja, du inkompetentes geistliches Wesen, du Satansbrot. Du Heuchler, wer bist du? Ich habe dich nie erkannt. Wer bist du? Schweig, ja, schweig. Christen, verteidigt euren Glaube, ja, und hört auf, auf diese Wölfe im Schafspelz zu hören. Ja, es gibt nur ein Gericht, eins, ob du Himmel und in die Hölle gehst, nicht, ob du in irgendeinen Ozean geschmissen wirst, in eine Wüste oder auf einem anderen Planet, es gibt nur ein Gericht. Das dürfen wir nicht richten. Ja, ich habe dich nicht schlecht geschmissen, aber es gibt nur ein Gericht.